Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Aber Kletti ist doch kein echtes Skelett, sondern nur aus Plastik und du brauchst ihn für dein Schulprojekt Ja leider, mich gruselsvoll Ein Skelett ist doch nicht zum Gruseln, es ist sogar total spannend Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt